Na du? Amgard auf dem Weg von der Halbseidenen in die Seidene Welt. Schicke Läden, auch sie gibt es im Kreis 4. Fabric Frontline gehört zu den angesagtesten Seitensalons in Zürich. Ungewöhnlich die farbige und naturgetreue Gestaltung der Motive. Aufwendig die Arbeit an jedem einzelnen Stück Stoff. Das ist jetzt einer der typischen Vielfarbendrucke. Das ist alles im Siebdruckverfahren hergestellt. Das sind 22 verschiedene Farben. Das braucht 22 verschiedene Siebe. Jedes Sieb ist ein Arbeitsdurchgang beim Drucken. Das ist ein richtiges altes Kunsthandwerk. Und das dauert mit Sicherheit eine ganze Weile, bis sowas dann fertig ist, oder? Ja, mit Zeichnungen, bis die Filme für die Siebe gemacht sind. Dann die Siebe gemacht sind und bis sie gedruckt sind, geht das meistens über ein Jahr, bis es hier in der Schublade ist. Viecher, alle Arten von Viechern. Die lustige Sachen machen. Wozu wir halt gerade Lust haben? Viecher. Kleine Insekten. Jedes einzelne Herrchen sehen Sie. Jetzt sind aber Frauen doch eigentlich bekannt dafür, dass sie schreiend vor denen weglaufen. Das tun sie aber nicht. Tun sie nicht? Sie sind noch hier. Sie nehmen es mit und hängen es sich um. Ja, ich bin noch da. Ach, und wenn man sie so auf Seite druckt, dann sind sie auch ganz freundlich. Ja, dann krabbeln sie nämlich nicht mehr. Also ein bisschen wie in 1100 Jahren.